Ich bin Marlene Rüdebusch-Rost, bin zuständig für die Containerfirma Dreckspatz & Keske. In diesem Jahr habe ich gerade wieder neun neue Fahrzeuge gekauft, sechs Abrollkipper und drei Absetzkipper und sind einfach von Hüber überzeugt, durch die Robustheit der Aufbauten und der geringen Reparaturanfälligkeit und weil der Unternehmer einfach auch nochmal selber was an dem Aufbau reparieren kann. Guten Tag, mein Name ist Arne Guhle, ich bin beschäftigt bei der Firma Rüdebusch als Fahrertrainer. Dort haben wir zwölf Abrollkipper, Fahrzeuge verbaut mit Hübertechnik. Dazu kommen noch zehn Absetzkipper, auch mit Hübertechnik verbaut. Die Technik ist für uns ganz interessant, weil sie erstmal sehr kräftig ist. Zum Zweiten ist sie relativ wartungsfrei und bedienungsfreundlich für den Fahrer. Aus dem Grunde sind wir ganz froh, dass wir mit der Firma Hüber zusammenarbeiten können und in Zukunft vielleicht auch noch ein bisschen mehr machen können. Und dann würde ich sagen, auf gute Zusammenarbeit! Mein Name ist Alexander Baumgartner, ich bin für Hilfe Germany für den Verkauf im Außendienst zuständig. Wir freuen uns heute hier bei der Firma Rüdebusch zu Gast zu sein. Wir haben gerade schon gesehen, dass wir über 20 Hilfe-Liftgeräte schon im Einsatz haben. Also daher sind wir sehr dankbar, dass wir hier sein dürfen heute. Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Tschüss! Mhm! Bis zum nächsten Mal.